Liebe Familie Paulus, besonders Uschi, sie ist die Seele vom Ganzen, die füttert die Männer, dass sie kräftig sind, dass sie durchhalten. Stellvertretend für den Ortsbeirat möchte ich euch danken, dass ihr uns, den Steinbachern, als allererstes über 2.500 Einwohner haben wir hier, die, wie mir erzählt wurde, früher auf sieben bis acht Kneipen zurückgreifen konnten, als hier noch Hammerwerke und so weiter liefen und wo abends die Männer noch mal kurz den Plosch gelöscht haben. Jetzt haben wir Gott sei Dank wieder eine Kneipe, die das ganze Jahr auf hat. Vielen Dank im Namen der Bürgerschaft, dass ihr das auf euch nehmt. Ich wünsche euch Hopfen und Malzgotter Hals, die Arbeitskraft meiner Frau und euch die Gesundheit. Alles Gute. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Herzlichen Dank dir.